Wenn wir nach jemandem mit der Kraft suchen, Berge zum Einsturz zu bringen, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir kommen der Quelle dieses Geräuschs immer näher. Bin mir nicht sicher, ob das was Gutes ist. Ihr müsst wohl wieder den Handwerker spielen. Ich werde mich setzen und zusehen, außer ich brauche mich. Ich werde mich setzen und will. Ich werde mich setzen und wird mich setzen. Ich werde mich setzen und will. Das war's für heute. 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 Ja. 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 So müsste es gehen. Ja. 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 Ich hab dich. Das war's für heute. Das war's für heute. Können wir nicht einfach durch das Wasser gehen? Das war's für heute. 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 Oh... 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 Der Gott Petar. Es kann niemand anderes sein. Wie eine Katze, die ihren Wurf verloren hat. Das ist unser Handwerker? Ich wollte noch nie die Aufmerksamkeit eines Gottes. Aber wir sind so weit gekommen. Könnte der Gott Petar der große Handwerker sein? Er hört mich, Petar. Herr des Jahres. Wildner der Erde. Ich kann sie mir nicht alle merken. Handwerker! Ich bitte nur um euer Werk. Danach könnt ihr zu euren Tränen zurückkehren. Ja. Rein da! Ihr habt mich gehört und nichts gesagt? Was seid ihr? Ein Sterblicher, den ihr Götter beschützen solltet. Nein. Nein. Wie wäre es, wenn ich euch in Stücke reiße, Sterblicher? Und die versteckte Gottheit in euch freilasse? Ach. Was bezweckt das schon? Das bringt sie auch nicht zurück. Niemand. Meine Frau. Bastard. Sie lebt in Zagmet weiter. Doch für mich ist sie verloren. Horus ist am Leben. Ich hatte nicht in Betracht gezogen, dass er litt, während ich mich in Selbstmitleid suhlte. Ich werde kommen. Gottheit. Ihr werdet stärker. Dass ich Petar in dieser bescheidenen Unterkunft willkommen heiße. Aus den Fragmenten kann er die Sonnenscheibe wiederherstellen. Meine Schmiede erwartet euch. Ich habe mich in mitgelegen. Ich habe keinen Platz. Ich bin bin mitgelegen. Ich bin mitgelegen. Ich habe heute den Fragmenten. Ich habe einen Unterhalen ausgefangenen, den Fragmenten.